Eine neugierige Reporterin entschloss sich, eine Reportage über das Leben im Wald zu machen. Sie begab sich daher in einen schönen, abgelegenen Wald und stolperte dabei über einen alten Einsiedler, der dort sein bescheidenes Dasein fristete. Die Reporterin voller Eifer sprach den Einsiedler an. Hallo, was treibst du denn hier im Wald, wenn ich fragen darf? Der Einsiedler sagte, oh, dies und das, aber hauptsächlich sammle ich Beeren und Blätter, um mich davon zu ernähren und alles in allem geht es mir eigentlich ganz gut hier. Wie Reporter so sind, konnte sie mit einem schelmischen Grinsen ihren Neugier einfach nicht zurückhalten. Aber sag mal, hast du denn keine Frau? Der Einsiedler sagte, nein, ich bin ganz allein hier, darauf die Reporterin. Und was machst du, wenn du mal so richtig Lust hast? Der Einsiedler erwiderte, dann suche ich mir ein Astloch und dann geht er schon. Die Reporterin antwortet ganz verblüfft, aber hättest du nicht vielleicht mal Lust so mit einer richtigen Frau? Der Einsiedler bekommt große Augen und sagt, ja klar. Die Reporterin, wenig überrascht, bückt sich und hob den Rock hoch. Der Einsiedler nahm Anlauf und trat ihr voll in den Hintern. Die Reporterin schrie ihn an, sag mal, spinnst du? Was soll das denn? Der Einsiedler verwundert, wieso? Ich muss doch erst prüfen, ob Eichhörnchen drin sind.